und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von let's play captain tod treasure tracker wir holen jetzt erstmal den tod ab den ich konnte ignoriert habe der direkt am anfang war ich den eigentlich in der aufnahme als ich die geschütten habe sofort gesehen habe denke ich mir dann nur so mein teil habe ich es nicht direkt vor ort gesehen ich möchte gerne aber erst mal hier hoch aber hier wegscheuchen und da ist schon der kapitän dort keine ahnung warum ich dazu immer kapitän tot sage aber da ist der pixel dort die leiten ist kapitän tot wo ist eigentlich ganz schön hier hallo der sonnenuntergang ist sehr schön das ist der sonnenaufgang wir werden es nicht fahren aber da ist sie macht das ist wahrscheinlich sonnenuntergang dort wie viel kohle hast du gesammelt und das der stern die vier neue level ok dann level 10 multiplattform baufsteller bin ich immer gespannt da kommen sie runter da kommen sie runter und misst die wette okay dann immer runter hier unten brauche ich 3 es komme ich erstmal nicht weiter ich möchte gar nicht wissen was jedes ziel ist er kommt hoch kommt das ist ein diamant eigentlich braucht man ja nur das ist natürlich jetzt wird gelaufen und wenn da lang wenn man jetzt aktuell nichts hier ist auch der erste diamant da kommt er wieder mit dankeschön ok wird das gleichzeitig zu steuern wird nicht einfach sein es wird definitiv nicht einfach sein macht da hoch und da ich gehe erstmal hier hoch zu gucken also ne herrlöschchen muss ich auch gerade sagen würde kommen wieder runter dann können wir ja unten lang und da modify wir können direkt das zählt aber dann gehe ich erstmal hier runter das ist hier auch der letzte diamant drin dann doch noch mal hoch weil dann springe ich nämlich von dort oben nach da unten da kommen sie runter das war knapp 5 trotz das ist jetzt nicht gerade prägnet das ist auch der letzte diamant das schön dann kommt ihr euch bitte einmal hier an und dann kommen sie alle jemand ganzer trotz läuft weiss auch nicht warum heute meinem vtpnk nicht angezeigt wird mal gucken ob es noch aktuell ein problem ist sondern falls muss mir erst mal ohne leben ja wo ist denn hier der wechseltot vielleicht hat unter mit ihr haben sie betont merci beaucoup modify erstmal nach hier unten hier scheint nichts zu sein immer mal wieder nach oben haben wir hier zusammen kuscheln hier versteckt sich auch kein pixel tot hat aber auch kein pixel tot ok hier auch nicht es ist nicht so möchten wie ich es will ich kann auch da unten was mich erlangen bestimmt läuft er wieder irgendwo her weil ich höre den nicht kommt raus immer jetzt sind die pixel tot schwerer versteckt ja Ja, ich stehe. aber wo hat dahinter wir von den auf otto.de so verwinkelte ausklapp fader jetzt bei der diamanten sich schon mal der dritte ist bestimmt dann hier drunter wo bist du lang du gehst hier lang okay da war auch der zweite jemals okay aber das ist keine gute idee das ist keine gute idee das ist keine gute idee gewesen das ist keine gute idee gewesen man muss beide gleichzeitig aktivieren naja ich hätte darum gemäß da jetzt haben wir ja alle diamante ich habe noch kein geld mehr noch genug leben ich habe ich geld dann brauche ich ja nur noch den hier das ist denn hier wir sind schon mal keine münzen hier war es nur genau mit mir schwarz ok was schon mal bescheid wo sollen hier 40 münzen sein ach da unten sind wir noch müssen mich denn da lang mich das dort hin nee aber das würde mich dorthin bringen muss ich nur warten dass das wieder weg ist von aus komme ich dann auch wieder da runter ok bitte nicht da hoch jetzt habe ich 45 münzen das lohnt sich nicht okay hier noch den pixel zu gucken das wird spaßig was so versteckt kann ja eh nicht sein jetzt vorsichtig man doch unser ziel erreicht so pecks jetzt Wofür versteckst du dich? Ich höre dich aktuell auch nicht. Da unten bist du. Lass mich raten, es war wieder so offensichtlich, dass ich es nicht gesehen habe. Ihr habt es sofort gesehen und Facepalm gegeben. Level 12, die Blockadenfestung in der Wüste. Die Blockfestung in der Wüste, aber Blockade würde auch passen. Oh Gott, na, den Pixel-Tor zu finden, alter. Da unten scheint nix zu sein. Ich würde da gar nix zu machen. Und komm schon noch die Gumbas weg. Ernstschön. Dankeschön. Von hier aus die Matten. Oh Gott, jetzt meine Tanne. Da? Da. Okay. da kann ich von da aus leicht okay dann ist der weg schon mal frei ich erst mal hier lang misst ich kann dass ich die nicht so kaputt machen kann dort werde ich um was hier freigelassen hallo gehst du magst du möchtest in der band den diamanten das liebliche den diamanten kommen soll der vermeint bitte lassen sie mich nur das glaube ich ganz einfach was das letzte jeder muss ich gucken wie ich da an den dritten kommen was wir schaden dann aufgabe ist es keinen chance zu nehmen irgendwas so ein geheimnisvoller nichts oh wow meine fräse wie kann mich den spitz jetzt wo ich jetzt aber bitte an den muss ich doch eigentlich schießen dadurch das ist doch gar nicht möglich ich möchte an den diamanten waren ich wüsste nicht wie man an den diamanten ankommt ich echt nicht schon aus genau nachgucken das ist jetzt nicht wie man sonst in den diamanten kommt jetzt macht es doch kaputt ich habe schon funktioniert nicht das ist auch so ein block alles sehr komisch mann das ist doch echt scheiße ich weiß nicht wie ich an den stärken kommen soll das nervt wenn ich nicht weiß wie ich an was dran kommen her ich weiß auch nicht wie ich an diesen blöden block da hinkommen multi schießen dann werde ich das level jetzt einfach nur noch da kommt alle her das musste sein wo bin ich da bist du oh nee 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 das kann ich vergessen das kann ich ja alles zerstören zerstören und warum konnte ich das zerstören ich weiß es nicht muss ich auch nicht verstehen eigentlich wie schon in die man kommen soll ja super es kann doch nicht sein doch bitte auf sondern das ist jetzt nicht wie man nicht mehr szenen schüsse naja wir haben schon 29 minuten ich will mal sagen wir holen uns die mission hier in der nächsten folge ab und werde ich mir noch mal gedanken machen wie man an die sachen rankommt ich sage jetzt an dieser stelle dankeschön fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten mal bei captain todd trisha trekker bis dahin tödelü